Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck TV mit den aktuellsten Geschehnissen auf dem Kryptomarkt. Bitcoin verliert aktuell ein bisschen an Momentum, vor allem in den Lower Timeframes. Wir werden ein bisschen im Chart anschauen, welche Trendkanäle aktuell entstanden sind und die wichtig sind zu halten. Darüber hinaus habe ich euch auch noch sehr interessante Grafiken mitgebracht, die darauf hindeuten, dass die Masse aktuell Bitcoin akkumuliert und wir haben auch von der EU jetzt neue Meldungen, dass Stablecoins verboten werden sollen. Da ist auf jeden Fall eine Empfehlung rausgegangen, wie wahrscheinlich das Ganze ist und was für eine Auswirkung es natürlich auf dem Kryptomarkt hätte. Darüber werden wir jetzt sprechen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache zu den Telegram-Kanälen. Wir haben einmal eine Community-Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen mit über 1700 Leuten und einmal den Channel, wo wir die aktuellsten News von der Webseite direkt hier rein posten. Dann verpasst ihr aktuelle Geschehnisse auf jeden Fall nicht, falls ihr reinkommen wollt. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit der Marktübersicht. Bitcoin steht aktuell bei 6730 Dollar, 2,5% im Minus. Marktkapitalisierung 190 Milliarden US-Dollar und Bitcoin-Dominanz 64%. Das Volumen ist ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zu den letzten Tagen 114 Milliarden US-Dollar laut CoinMarketCap und die Altcoins ziehen natürlich mit. Wir müssen aber auch festhalten, dass heute die Stock-Markets unter Druck stehen. 2-3%, Dow Jones, S&P 500 und auch der DAX im Minus. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Bitcoin aktuell mit den Aktienmärkten weiterhin korreliert und dadurch haben wir jetzt diese Entwicklung hier auch auf dem Kryptomarkt. Starten wir mit den News und den aktuellen Daten, die wir haben zu Bitcoin und Co., die sehr interessant sind, bevor wir dann später den Chart genauer anschauen. Interessant ist, Bitcoin zeigt ideales Setup für Rallye durch Stock-to-Flow und RSI. Plan B hat ja das Stock-to-Flow-Modell hier in Umlauf gebracht für Bitcoin und Co. Und er hat das Ganze jetzt nochmal mit dem RSI verbunden, dem relativen Stärkeindex. Und er sagt, dass wir durch das Halving in einem Monat hier wegen dem Stock-to-Flow, da die Prognose im Modell natürlich dann sehr stark steigt. Und dass wir zusätzlich, das sehen wir hier durch diese farbigen Punkte in einem sehr überverkauften Markt aktuell sind, dass das eine sehr gute Kombination wäre für Bitcoin und für eine mögliche starke Rallye in der Zukunft. Die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Kann man jetzt mit dieser Kombination sagen, dass das Ganze sicher ist, dass wir jetzt irgendwie durch die Decke gehen werden? Natürlich nicht. Das Problem an der ganzen Geschichte, wie am Anfang schon gesagt, aktuell sind wir wirklich immer noch in einer Situation, wo vieles miteinander zusammenhängt, wo Bitcoin leider nicht entkoppelt ist und wo wir natürlich auch abwarten müssen, was die Weltmärkte, was die Weltwirtschaft macht und dadurch dann auch irgendwie Bitcoin dann im Endeffekt beeinflusst wird. Was aber trotzdem interessant ist zu beobachten, ist auf jeden Fall, dass wir hier in diesem blauen Bereich, in diesem sehr stark überverkauften Bereich, immer eine gute Möglichkeit war, in der Vergangenheit Einstiegspunkte zu finden, weil danach immer diese Bullenmärkte losgingen, bis man dann halt wirklich in diesem übergekauften Bereich war. Aber wie gesagt, nur sich darauf zu verlassen ist ein bisschen gefährlich, aber trotzdem interessant. Wir sehen aktuell Statistiken, die besagen, dass die Exchanges immer mehr Kryptowährungen rausgezogen bekommen, also die Nutzer ziehen die Kryptowährungen raus. Auf der anderen Seite werden Stablecoins in den letzten Tagen immer mehr eingezahlt, also Tether zum Beispiel hier in den letzten 24 Stunden 28,3 Millionen Dollar hier in die Exchanges eingezahlt worden. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, wenn man auch überlegt hat, dass Tether in den letzten Tagen und Wochen 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung dazu gewonnen hat, also nicht nur die Zentralbanken, Druckengeld anscheinend, Tether auch. Da ist die Marktkapitalisierung, wie gesagt, um 2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das sieht man auch nochmal hier in dieser Grafik sehr schön. Hier USDT Balance on Exchanges, also wie viel auf den Exchanges liegt in Tether. Und da sind wir ganz klar in sehr starken Allzeithochs. Das wird jeden Tag eigentlich sogar überboten. Da kriegen wir jeden Tag eine neue Meldung, dass ein neues Allzeithoch ist. Und auf der anderen Seite hier Bitcoin Balance on Exchanges, also die Bitcoin auf den Exchanges, erreicht immer weiter einen Tiefwert. Die Bitcoins werden rausgezogen. Daraus könnte man vielleicht vermuten, dass eventuell in Zukunft jemand oder die große Menge dann in Bitcoin einsteigen möchte, sich sozusagen positioniert. Also die Bitcoins rausgezogen aus der Exchange. Tether liegt schon bereit, sozusagen um Bitcoin zu kaufen. Oder es wird sogar aktuell gekauft. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Adressen gucken, die über 0,1 Bitcoin haben, haben wir auch hier in Allzeithoch, also die kleinen Fische in Anführungszeichen, die jetzt nicht tausende Bitcoins haben, darüber haben wir in den letzten Tagen schon gesprochen, die sind ja auch bei Allzeithochs, also die Wale akkumulieren aktuell auch, aber auch die kleinen Anleger mit über 0,1 Bitcoin pro Adresse ist auch bei einem Allzeithoch. Und das sieht genauso auch aus bei den Coins, also bei den Adressen, die über 1 Bitcoin drauf haben. Daraus kann man auf jeden Fall ableiten, dass aktuell akkumuliert wird, diese Chance genutzt wird, dass Bitcoin aktuell ruhig unterwegs ist. Wir sind sehr lange schon in diesem Seitwärtstrend, mehr oder weniger. Und die Volatilität ist in einem Bereich, wo wir schon lange nicht mehr waren. Die Volatilität hat echt ein bisschen abgenommen. Und wir sind da, wo wir halt vor dem Absturz Mitte März waren. Und das wird anscheinend zum Anlass genommen, wirklich da Bitcoins zu sammeln und zu akkumulieren. Dann zu dieser interessanten Meldung von gestern. Und zwar geben Zentralbanken die Empfehlung raus, Stablecoins zu verbieten. Und zwar Tether und die ganzen anderen Stablecoins, die im Umlauf sind, weil sie natürlich auch immer mehr an Einfluss gewinnen, immer mehr an auch Reichweite gewinnen. Das, wie gesagt, Tether hat 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung dazu gewonnen. Und da ist natürlich die Frage, ob das eine Gefahr für die Zentralbanken sein könnte. Darüber wird hier in diesem Artikel hier gesprochen. Und die Zentralbanken gehen davon aus, dass das eine Gefahr sein könnte. Und entsprechend halt diese Empfehlung rausgegeben, dass das halt verboten werden sollte. Die einen sagen natürlich, es ist fast nicht möglich, Stablecoins zu verbieten, weil es ist auf einer Blockchain, es ist dezentral. Ja, das stimmt, aber bei USDT, also bei Tether, ist es zum Beispiel so, dass ja natürlich dann ein Unternehmen hinter steckt, bei den anderen ganzen Stablecoins auch im Endeffekt. Und was verboten werden kann, ist natürlich die Herausgabe. Und vor allem auch die Gateways können dann natürlich auch geschlossen werden, dass man sozusagen gar nicht mehr von Tether wirklich dann den US-Dollar zum Beispiel umsteigen kann, weil es dann auf den Exchanges verboten wird. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sehe aber in naher Zukunft diese Entwicklung nicht kommen. Ich glaube, die Weltwirtschaft und auch die Zentralbanken haben aktuell ganz andere Probleme als irgendwelche Stablecoins, die auf Kryptomärkten, auf irgendwelchen Exchanges rumliegen und geparkt werden. Ich glaube, wenn überhaupt, kommt das irgendwann, wenn diese aktuelle Krise vorbei ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert, dass da diese Empfehlung rausgegangen ist. Kommen wir zum Bitcoin-Chart. Gestern habe ich in der Telegram-Gruppe, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ihr in die Telegram-Gruppe kommen solltet, mache ich zwischendurch nicht so oft, da habe ich mal einen Chart reingepostet. Eine ganz einfache Bear-Flag habe ich gepostet hier mit diesem Trendkanal nach oben. Und was wir danach gesehen haben, das ist hier mit den dünnen Linien dieses Trendkanals. Wir sind da durchgebrochen und haben seitdem halt über 150 Dollar verloren. Und danach haben wir interessanterweise mehrere Trendkanäle noch gebildet. Einmal hier diese aufsteigende Trendlinie, die projiziert nach unten, hat eine Unterstützung gebildet hier immer wieder. Wir sind da immer wieder gebounced, bis wir dann um 11 Uhr ausgebrochen sind nach unten und dann nochmal 100 Dollar verloren haben. Diese Linie projiziert nochmal nach unten, hat hier mit diesen beiden Berührungspunkten aktuell diese Unterstützungszone gebildet, was sehr interessant ist, ob das wirklich hält. Bleibt abzuwarten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe euch am 14. März war das, glaube ich, bin ich ja live gegangen, als dieser Absturz, dieser historische Absturz hier, den wir hier hatten. So einen Tag hatten wir, glaube ich, noch nie. Und dann bin ich ja live gegangen, habe gesagt, es ist sehr schwierig aktuell, Chartanalyse zu betreiben, wenn die Märkte so stark mit den Aktienmärkten. Trotzdem sehen wir punktuell eine Entkopplung und Unterstützungsbereiche, die wirklich nur im Bitcoin-Chart zu sehen sind. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn wir hier in den Stunden-Chart gehen, sehen wir das ganz klar. Diese Projektion von dieser Trendlinie durch diesen Trendkanal haben wir hier immer wieder als Unterstützung gesehen, genauso wie hier aktuell in diesem Bereich. Wenn ihr mein letztes Video nicht geschaut habt, dann werdet ihr sehen, diese roten Bereiche habe ich euch schon im letzten Video erklärt, woher die kommen. Das wären so die nächsten Ziele, falls wir hier wirklich mit Dynamik aussprechen sollten. 6.500 Dollar hier in diesem roten Bereich und dann nochmal hier unten diese Spitze bei 6.150 Dollar. Müssen wir aber natürlich abwarten, wie sich das Ganze verhält. Was auch interessant ist, dass Open Interest auf den Future-Märkten, CME, FTX, BitMEX, Binance, Bybit, egal wo, Open Interest, also die offenen Positionen, die aktuell vorherrschen, steigt wieder an. Wir hatten hier ein Sell-Off sozusagen, 40% weniger Off Open Interest. Das lag vor allem in der Tatsache, dass viele Positionen natürlich durch diese Bewegung ausgestoppt wurden und viele Gewinne auch mitgenommen wurden. Das Open Interest steigt aktuell kontinuierlich an, also immer mehr Leute sind wieder drin im Markt und stehen nicht an der Seitenlinie, haben wieder Mut dazu gewonnen und sind wieder drin. Aber wenn der Preis runter geht, ist es ein Anzeichen dafür, dass vor allem dieses Open Interest eher short unterwegs ist. Aus diesem Grund sollte man wirklich aufpassen, vor allem nach unten in aktuell. Natürlich könnten wir hier so ein Bound ziehen und nochmal diese 7000 antesten, aber das Momentum liegt auf jeden Fall aktuell auf der Bären-Seite. Das war das Video für heute, ich hoffe es hat dir gefallen und du konntest irgendwas mitnehmen. Falls ja, lass gerne einen Daumen nach oben da, teile es auch gerne mit deinen Freunden, die auf dem Bitcoin-Markt aktiv sind. Falls es dir nicht gefallen hat, bald für dich, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.